Heyho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Mage mit Minecraft BI Folge 36 und äh ja heute allerdings mal wieder allein und äh ja ich habe überlegt dass ich heute mal nochmal weggehe aber äh weil ich jetzt echt bock habe mal einen Sumpf zu finden damit ich halt auch mal äh mir line craften kann dass ich die Pferde auch ein bisschen so an der Leine auch umführen kann und so das finde ich würde ich echt toll finden und ähm wenn ich dann damit fertig bin also wieder da bin dann würde ich auch mal wieder in die Höhle gehen wollen und was ich auch noch sagen wollte ist äh Dankeschön für alle jene Abonnenten wir sind ja jetzt schon unglaublich über 80 da muss ich gerade echt nachdenken ich wollte schon 70 sagen ne eigentlich wollte ich auch Dankeschön für die 70 sagen aber dann waren wir auch schon über 80 so ähm wer macht mit wen ein dann machen wir mal Star und äh Wolfi der Vierte einfach damit wir auch noch ein paar Wölfchen haben ja du bleibst hier äh Namen könnt ihr wieder in den Kommentar schreiben und eine Farbe wir haben hier äh Wolfi der Vierte ist Schwarz Mito ist Magenta Kevin ist Rot und Star ist Gelb und der hat gerade ein schwarzes wahrscheinlich gerade oder? oder ein Gelbes? Ne ein schwarzes hat er um und äh ja dann bereiten wir uns mal vor auf diese Tour weil es wäre echt cool wenn wir mal Slime hätten ähm ich mache jetzt einfach mal Holz in den Ofen was wir Holzkohle haben weil ich Fackeln haben möchte ok da ist auch nicht mehr so viel drin oh ach ne wir brauchen ein neues Schwert ist der Außenfass aufgebraucht ok dann machen wir noch zwei Eisen und jo dann können wir auch äh wenn wir dann in der Höhle sind oder irgendwas meinen können wir nach Diamanten suchen was ich auch echt super finde dann können wir uns nämlich auch einen Verzauberungstisch machen äh Pfeile habe ich auch nicht mehr sag mal habe ich überhaupt noch irgendwas brauchbares? ne Pfeile habe ich wirklich nicht ah das ist ja blöd so kommen die Kartoffeln hier wieder rein und es wird auch schon dunkel ja weil ich mitten am Tag angefangen habe und nicht am frühen Morgen ähm Feuerstein oder so haben wir jetzt nicht sieht nicht so aus aber wir haben hier noch Schwert wir haben hier noch Schwert da drin gehabt nein äh ich hoffe dass unten die Haus dazu ist natürlich nicht ähm ich guck jetzt nur rein ich werde nichts rausnehmen ich will nur gucken ob der irgendwie der hat einen Pfeil ähm ok noch Schuhe mit Wasserläufer ja meine Rüstung ist ja auch wieder fast aufgebraucht oder? ok und das war's am Kisten, ne? äh doch ich warte hier gucken ob äh da bleibt hier nicht drauf äh schon mehr als die Hälfte aufgebraucht aber ich na ok so lange werde ich jetzt nun auch wieder nicht bleiben hoffentlich habe ich jetzt hier nicht zu viel im Winter ach ich hab die doch noch fünf Pfeile das ist doch mal toll so dann gehen wir mal ab in die Haier und so ja Schule hat ja gestern wieder angefangen heute ist ja schon Dienstag ja heute ist Dienstag und äh wenn mal irgendwie dienstags oder so kein Video kommen sollte dann liegt das daran weil ich Dienstag immer eigentlich einen langen Tag habe aber heute ist halt Sport ausgefallen und deswegen eigentlich so Schneeball mitnehmen wäre eigentlich auch cool ich meine dann sind wir halt schneller, wa? ich nehm Schneeball mit oder lieber ein anderes Pferd falls Schneeball sterben wird ach Schneeball wird nicht sterben hoffentlich oh da ist ein Creeper oh da sind zwei Creeper äh ich will jetzt nicht meinen Bogen verschwenden ja Hunde wieso könnt ihr keine Creeper angreifen? ja ey wie ihr stirbt durch ein Creeper ey das wäre der dummste Tod überhaupt von euch dann würde es Wolfe den Fünften geben Wolfe der Fünfte ne wir haben ja Wolfe der Vierte das reicht jo hallo Schneeball wir werden ausreiten ahja du hast aber sowieso nicht so viel Leben das ist alles blöd auch stimmt wie soll ich dich denn eigentlich so über den Fluss holen? oh wir wollten Fackeln machen so ähm hier haben wir jetzt Fün wozu ich die Fackeln eben nicht brauche werdet ihr gleich sehen woop wow wow komisch gedeckt okay ähm oh ich bin so blöd Fackeln muss man ja nicht an der Werkbank machen wir sind wieder mal so intelligent heute unterwegs 23 23 Fackeln haben wir so wieso bist du mir nach oben gefolgt? okay Schneeball auf geht's so hier werden jetzt äh platzieren wir hier oben am besten eine Fackel ja wie soll ich jetzt mit Schneeball über den Fluss kommen ohne Leine? wollen wir sprengen? äh das Pferd überlebt es doch hoffentlich ich hoffe dass da irgendwann ein uah ich bin nicht gesprungen okay und dann schieb den Schneeball schieb den Schneeball ich hoffe das sieht jetzt nicht irgendwie so komisch aus wenn ich hier so hinterm Pferd bin so okay Hunde seid ihr noch da? soll ich den äh hallo? so geht doch jo äh und hier auch noch eine Fackel ich habe ja immer die Angewohnheit mich zu verlaufen einfach gerade in eine Richtung würde doch reichen oder? so ich hoffe dass da auch dann was kommt mach mir hier auch mal eine Fackel ja weil ich verlaufe mich halt gerne mal aber bis jetzt hatte ich es immer zurück geschafft das ist ein Wunder hm oder sollen wir hier den ich glaube den Flank lang reiten wäre glaube ich auch nicht so dumm so es Eidender spaltet sich wow Alter ich habe mich gerade erschrocken bei dem Schaf oh da geht hier durch Wald äh uuuhh uuuhh schaffen wir es? uuuhh okay ne das war komisch uuuhh also es war cool so mit Controller zu reiten und so aber das springen mit dem Controller ist blöd finde ich warte mal wo ist der Fluss hin? wo ist der Fluss? ja da ist der Fluss alter nun kann sein dass ich durch einen Cut mache weil wir auch du kommst hier nicht lang ey echt furchtbar mit dir äh wir haben auch Besuch und die stürmen hier auch gerne mal in mein Zimmer rein ach so was liebe ich nämlich wenn ich bei meinen Sachen unterbrochen werde ach Schneeball du bist fett du bist einfach nur fett deswegen hasse ich das durch Wäldern zu reiten weil ich möchte ja den Fluss nicht aus den Augen verlieren äh äh der Fluss geht nach rechts oder geht er auch hier so weiter na Gott äh da spaltet oh ne das war so klar das war so klar hm ähm ich folge hier erstmal weiter ich muss mir nur merken dass ich immer den Fluss lang bin und bei dem Regen sieht man auch nichts klar 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 es donnert alles klar oh man ich hasse sowas ich hab Angst dass Schneeball vom Blitz getroffen wird weil ich hab keinen Bock dass es zum ähm Skelettpferd wird an dieser Stelle werde ich wahrscheinlich mal einen Cut machen und dann am nächsten Tag weitermachen weil ich glaub wir werden gleich einfach schlafen gehen bleiben jetzt hier einfach noch unter dem Baum stehen und da sind wir jetzt auch wieder ja ich äh hab mich kurz schlafen gelegt und hier war ein Creeper der macht mir ein bisschen Sorgen der geistert hier ein bisschen rum wow wow das hätte schief gehen können ok Schneeball ich muss meine Hunde fittern ja die haben nämlich auch gegen ein paar Zombies gekämpft wow ich bin schon wieder fast tot ich hätte mir auf Essen mitnehmen müssen ey 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 Wolfe ok Alter wie viel frisst ihr denn bitte? wo ist da? da unten ey 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 so warte warte ich will dich doch nur füttern ok du bist fertig so äh dich kann ich ja irgendwie grad nicht füttern hab ich eigentlich Weizen mit cool falls dem Pferd mal was passieren sollte ach so ach so vielleicht auch das hier noch ab äh äh brauchen oh mein Gott ok da geht's nicht durch wow ich bin so froh dass ich dann dass es nicht lange gedauert hatte dass ich schlafen konnte nimm mal die Kuh wow danke voll vergessen dass die Tiere da meine Wölfe die auch töten ok und da ist das Schwert aufgebraucht äh Schneeball ja geht schon das finde ich ja toll ok äh ich seh nicht ok hier haben wir so ein bisschen bergig ein bisschen Bergpferd also es gibt ja so Bergziegen und vielleicht ist ja das hier ein Bergpferd oh ja es ist ein Bergpferd wow wow fast runtergefallen ok also wir haben dort ein Wald warte mal ist ja aber nicht der Wald oder? das wärs jetzt hm ok das sieht komisch aus ok wie kommen wir hier jetzt wieder runter ohne dass uns was passiert ok sicher runtergekommen oh ich machen wir nen Schneeball ich will hier doch nur durch geht doch äh ich hoffe echt dass wir uns nicht hier irgendwie verlaufen einfach mal mit dem Pferd auf den Bäumen rumspringen und so ist ganz normal ok äh gehört das hier noch zum Fluss? ich würd sagen nein weil wir müssen uns immer schön merken wo wir lang reiten und nun fast kann ich mir ja die Aufnahmen angucken also hier haben wir nochmal Wald und so oh Mann wieso muss denn das hier wieso ist das Gebiet so komisch? kann ich irgendwann mal in Sumpf kommen? ok ähm schräg nach unten würd ich sagen oh vorsichtig und ähm mehr nach rechts dann sieht ja auch komisch aus hier hm oh da ist Lava ich hab jetzt aber keinen Eimer mit oder? um mir was mitzunehmen ok sieht aber voll cool aus ja ich bewundere grad die Lava ok soll ich einfach nach links gehen? ja aber ja wenn wir Glück haben dann laufen wir sogar im Kreis das wäre irgendwie lustig ja dann müssen wir nämlich den ganzen Weg nicht zurück reiten haha ähm klar immer nach links es sei denn der Fluss hört auf oh man nichts gefunden sollen wir zurück reiten? ich glaube ich wage das jetzt einfach mal hier lang zu gehen hm was haben wir hier? mal da hört sie auch wieder auf mal wenn es aufhört dann ich hoffe dass ich mich jetzt nicht endgültig verlaufen habe oder verretten ok mhm wow ja ruhig Schneeball wir schaffen das schon irgendwie oh ok sehe ich schon da unten ist der Fluss uh ok komm Schneeball das schaffen wir warte mal du bekommst doch auch keinen Fallschaden im Wasser oder? scheiße wir sind nicht im Wasser gelandet ok ok das war ne dumme Aktion merk ich mir hier möchtest du ein bisschen Weizen oh sehr schön das ist aber komische Geräusche beim Fressen ich fühle mich echt unwohl irgendwie also wenn ich irgendwo ne Fackel sehe dann weiß ich auf jeden Fall dass wir im Kreis sind wir haben hier jetzt wieder Grasland nämlich immer schön links vom Wasser bleiben man kann sagen rechts vom Wasser aber wir sind das Wasser ist ja rechts also können wir ja nicht rechts sein ne? hm auf jeden Fall ist das mal eine schöne Art die Welt zu erkunden auf dem Rücken eines Pferdes so durch die Welt reiten ne sowas mag ich oder so ne Aussort ey sowas könnten oh ich hab irgendwie brauch sowas öfters zu machen aber so mit Leuten zusammen oder so wäre eigentlich auch lustig also an Leute die mal irgendwie hier mit in der Welt drin sein sollten die sollen sich ein Pferd anschaffen also ich hab ja nicht oh Blumenlandschaft oh die Sonnenblume hätte ich auch gerne mal eine ziemlich lustig weil die ja immer nach Osten zeigen und da drüben sind Sonnenblümchen achja ich hab ja Wasserläuferschuhe oh haha dann bin ich ja so schnell im Wasser cool noch ne Blumen die wir mitnehmen müssen jetzt nicht so unbedingt oder? tja Hundis ihr habt keine Wasserschuhe äh Wasserläuferschuhe ah ok Schneeball? da bist du was schön darauf gewartet war find ich toll von dir oh ne ich liebe diese Blumenlandschaften sind echt immer so toll anzusehen also von der ich ich weiß ja nicht was ihr denkt was haltet ihr von diesen Blumenlandschaften? aber wie siehts eigentlich so aus so? wuhuuu so yeah voll nice oh äh Falschtaste so äh warte mal rechts vom Wasser waren wir wahr? wow ok ist da irgendwas? ne eigentlich nicht ich hab irgendwie Angst im Vorrein zu oh mein Gott das sieht das sieht so geil aus ich hab ein Zombie, ich hab ein Zombie, ich hab ein Zombie ich hab ein Zombie ja wie er überschützt mich ja war Hundis oh so toll hier warte mal wo ist das Wasser hin? wir sind schon wieder so weit weg vom Wasser ok schreien die hier schon wieder rum? ok es wird auch grad wieder dunkel so und wir sollten jetzt mal mehr zum Wasser wieder weil ich keinen Bock habe mich zu verlaufen ich leg mich jetzt nochmal hin und dann wird die Folge auch gleich schon vorbei Monster an der Nähe nein noch ganz viele Schafe oh warte mal der Fluss biegt hier ab ach sind die Hühner alter ja ich hab die schon wieder mit Spinnen verwechselt aber ey ich finde echt keinen Sund und davon haben wir Blumenlandschaften gefunden ey da können wir hier jetzt irgendwie mal durch danke und das ist die Blumenlandschaft nochmal und das ist die Blumenlandschaft nochmal ok hier unten fließt vor kein Wasser aber trotzdem ist dort der Fluss müssen wir merken und hier ist so eine richtig geile Klippe von der wir aber nicht fallen möchten oh mein Gott wie weit oben sind wir denn bitteschön oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott vorsichtig runter oh gehen wir hier jetzt noch weiter oder gehen wir jetzt wieder zurück hm ich würd sagen wir gehen zurück dann müssen wir halt nochmal einen anderen Weg suchen für einsum aber ich find die Fol- wow 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 die Folge jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm denn immerhin konnten wir etwas von der Welt sehen so ok auf auf zurück wollen wir den Weg noch finden ja einfach den Fluss lang, wa? hm hm das hat so komisch angehört waren bestimmt nur wieder Hühner oh hier ist der Fluss und der Fluss muss links von uns sein jo dann ciao Leute und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal lie satu Mal